Hallo, hier ist der Detlef von Wakenews Radio, Wakenews TV. Ausgegebenem Anlass heute am 19. August 2012 möchte ich hier folgenden Artikel, den ich gerade veröffentlicht habe, auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com euch hier auch auf Video weitergeben, nämlich mit der Überschrift, sollen Bürger in der BRD von der Bundeswehr getötet werden? Und da heißt es im Artikel, die bereits in den USA unheilvoll und nach dem vermutlich durch NWO gelenkte eigene Sprengung der World Trade Center in New York, genannt 9-11 oder 11. September 2001, die daraus entstandene sogenannte DHS, Department of Homeland Security, die, wie kürzlich berichtet, selbst massiv Milliarden Schuss von Munition für inländische Zwecke eingekauft hat, Soll nun auch in der BRD eingeführt werden, so verlauten vielfältige Veröffentlichungen in den neuen und in den Matrix-Medien nach dem Aufsehen erregenden Urteil, dass es kürzlich vom Bundesverfassungsgericht gefällt wurde und dass den Schusswaffeneinsatz der Bundeswehr im Inland nun ganz offiziell erlaubt. Ein riesiger Skandal, wenn man weiß, was die Ursprungsaufgaben dieser reinen Verteidigungsarmee einmal waren. Nun soll also diese neue DHS, Deutscher Heimatschutz, also gegen die eigenen Bürger auf dem deutschen Teilgebiet der BRD nicht nur aufgebaut, sondern vor allem eingesetzt werden. Genau wie überall auf dem Einflussgebiet der NWO-Bankster schlottern den Verantwortlichen die Knie und sie werden sich Tag für Tag bewusster, dass sie für ihre Verbrechen, für ihre Missetaten, möglicherweise vom Volk selbst, vom Souverän, zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Sie wissen ja, was und für wen sie arbeiten und es schleicht sich auch bei ihnen inzwischen das Gefühl ein, dass es sich um solche Ungeheuerlichkeiten handelt, die sich die Bürger, das Volk, irgendwann nicht mehr gefallen lassen werden. Eine riesige Aufwachwelle findet derzeit statt. Immer mehr Menschen erkennen die wahren Absichten des Bankstergesindels, die niederträchtigen Gedanken, die sich hinter dem ESM, der Globalisierung, der Monopolisierung, der Kontrolle, der Entrechtung, den Kriegen, dem Entzug von Meinungs- und Redefreiheit, der Willkür bei Gerichten, den Polizeibrutalitäten im Auftrag des Schuldgeldkapitals handelt. Denn war es nicht auch das Bundesverfassungsgericht, das den BRD-Regierenden gerade mit dem Urteil vom 25.07.2012 aufgezeigt hat, dass sie nicht konstitutionell, das heißt also illegal, regieren? Was also steckt anderes dahinter, als dass die Bundeswehr, die ohnehin ihren Ursprungsauftrag verloren hat, illegal Kriege außerhalb des eigenen BRD-Territoriums führt, die inzwischen ihre Hauptschlagader, die Information und die IT an private, globale Unternehmen, die mehrheitlich den Bankstern gehören, aus der Hand gegeben hat? Glaubt jetzt irgendjemand im In- oder Ausland noch an den Weihnachtsmann? Oder wird inzwischen jedem klar, dass sich die Bankster über die korrupten Regierungen in der BRD und anderswo mittels des von Steuergeldern finanzierten Militärs gegen die meuternde Bevölkerung zur Wehr setzen bzw. sich schützen lassen will? Ist irgendwer noch so naiv zu glauben, dass eine Bundeswehr, ausgestattet mit der Lizenz zum Töten der eigenen Bevölkerung, das nicht auch ohne mit der Wimper zu zucken tun wird? Leute, wacht auf, es ist Zeit zum Handeln, werdet aktiv, friedlich und absolut rechtlich einwandfrei. Also wer es noch nicht getan hat, hier könnt ihr euch die Vollmachten ausdrucken lassen und dann bitte entsprechend ausfüllen und einsenden an die vereinigten selbstverwaltungen.org Den Link findet ihr bei mir auf dem Blog mywakeness.wordpress.com Der Link ist hier auch dann in der Beschreibungsbox unterhalb des Videos zu finden. Und da finden sich natürlich auch weiterführende Links mit Hintergrundinformationen zum gesamten Thema. Also, aufwachen, Handel. Hier ist der Detlef von Wakenews Radio, Wakenews TV. Ich bin immer auf Sendung am Dienstag und am Donnerstag 16 bis 18 Uhr live. Und ihr könnt mich erreichen unter wakenews.net, wakenewsradio. Bis dann. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr in die europäische Zeit hereinschauen. Mehr unter wakenews.net. Bis dann. Jeden Dienstag. inta Vielen Dank.